Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Together's Riders. An meiner Seite wieder der Rico alias Shigamaru und ich, euer LP Storm, im Spiel genannt Geronok. Moin. Ja, wir befinden uns jetzt hier immer noch, oder da wo wir das letzte Mal uns ausgelockt haben. Ja, unfreiwillig. Muss ich nur kurz anmerken. Ja, naja, mein Gott. Wir haben ja das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben meine nachgeholte Landing-Quest gemacht. Endlich. Nach 50 Folgen. Ja, weil ich da so ein bisschen, kann man ruhig so sagen, wie es ist, geschlampt und geschnuselt habe. Ja, weil wir, ne. Da waren wir so ein bisschen übereilt und, naja. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, aber wir sind ja so noch zu zweit. Ja, aber das bricht das Ganze ja nichts ab, da wo wir zu zweit unterwegs sind. Wir werden natürlich euch weiter unterhalten. Mit Riders? Mit Riders, richtig. Und? Ja, ich bin jetzt hier eigentlich fertig. Ich habe die zweite Landing-Quest angenommen. Ich auch mit den Nerven. So, okay. Jetzt kommen wir auf die Ebene von Regengott, Rengott. Ja, sag mal, haben wir eigentlich so einen Portalstein, der uns da hinführt, oder müssen wir jetzt den ganzen Weg da wieder hinlaufen? Warte mal, ich gucke mal kurz im Envy. Nein, 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 nein. Stein des Rückrufes ist ja hier Markt. Ja. Und ich habe hier noch Stein der Führung, Ebene von Terrace, habe ich noch. Diese Scheißbomben, die können auch endlich mal hier raus. Äh, warte, warte, warte mal. Setzt eine elektrische Ladung frei, die Blitzschaden verursacht, wenn sie trifft. Beim Einsatz gegen Regengott-Elitesoldaten. Also, da brauchen wir die noch. Naja, ich weiß nicht, ob das ein Quest-Einigung ist, aber ich glaube nicht. Ich packe es erstmal auf eine von meinen F-Tasten. Ja, schau doch mal in deinem Inventar, wenn es ein Quest-Item ist, steht oben rechts in der Ecke ein Q. Ne, steht auf jeden Fall nicht, also... Dann ist das auch kein Quest-Item, dann ist das irgendwie so ein eingesammeltes Gegenstand, was man eigentlich nicht wirklich braucht. Okay, dann folgt mir mal. Ah, hier kämpfen sie schon wieder mal. Ja, ich follow die. Ich will mal hin zu diesem Mount Fuzzi hier, weißt du, damit wir nicht so lahm durch die Gegend laufen. Ja. Weil auf der Karte, wenn du siehst, mal guckst, links ist so ein Amboss und daneben ist dann so ein... Ja, ein Reitier wollen wir uns wollen jetzt erstmal, ja. So ein Progekopf, genau. Mal gucken, wie man da hinkommt. Das ist eigentlich eine nette Idee, jetzt müssen wir ja hier vorne rum. Mhm. Rechts rum, rechts rum, rechts rum. Da! Ein Elch. Ah, ein Elch. Ja, wollte ich gerade sagen, ah, ein Elch. So. Ich nehm den blauen. Ich nehm den, äh, verdammt, den wollte ich nehmen. Scheiße, dass man sich das nicht aussuchen kann. Oh, doch, Tölitsch! Ja, kann man? Man kann sich die Maus jetzt aussuchen hier. Moa häufig, Moa des Sturms, Lykian des Heldenmutes. Ja, äh, du musst aber immer gucken, was du für Gegenstände dann natürlich hast, ne? Du brauchst ja immer dann halt die Gegenstände. Material. Und dann kannst du dir die Dinger ja herstellen, also heißt das, wir kriegen nur den hässlichen Roten. Äh. Obwohl. Ja, leider. Wollen wir mal. Was ist eigentlich dieses Moa? Na, Moa ist dieses Moa, das Erste, ne? Du musst das im Prinzip einmal herstellen, das ist jetzt hier so, zack. Ja. Einmal herstellen, so, dann hast du den jetzt einmal hergestellt. So, dann kannst du hier auf den zweiten klicken, auf den blauen, dann hast du zum Beispiel eins von eins Moa. Ah, okay. Und dann brauchst du aber immer noch dieses Kristallherz des Goblin-Golems. Das machen wir mal aufscreen, ne? Das machen wir alles mal aufscreen, ja. Ja. Das, äh, könnten wir dann mal erstmal austesten. Und dann vielleicht mal, äh, für die Zuschauer das dann mal zeigen. Ja, wie die Viecher alle aussehen. Wie das denn aussieht und... Guck mal, hier unten kannst du das Ding zum Beispiel kaufen, brauchst du aber dieses mysteriöse Kristall. Ja. Brauchst du aber halt 20 von diesen Symbolen des Berges Ada. Aha, okay. Und wo wir die kriegen, ist leider noch ein Rätsel. So, wo ist eigentlich das Mount, was ich mir hergestellt hab? Das ist ein Handwerksteil, sieht man sehr, wie ich hier grad sehe. Was, 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 wo, wo, wo? Ach, da. Also, alles klar. Einfach ein Rechtsklick drauf. Zack. Äh, äh, Moment mal. Wo haben wir das Ding jetzt überhaupt drin in dem Moor? Im Inventar. Einfach nur normal im Inventar. Ach, im Invi, ach da. Im Invi. Sag mal, rockst du grad auf dein Moor ab, oder? Ja, ja, ja. Das ist, wenn du die hier unten, die vier drückst. Alter, warte mal, ich muss das auch mal machen. Hahaha, lol. Sehr gut gemacht, ey. Yeah, jetzt geht ab, Paddy. Ob man das auch während des Laufs machen kann? Ja. Lol. Na gut, wir wollen mal nach Regnerrock dahinter. Wie doof sieht das aus? Hahaha, okay. Ich hab grad gesehen, ey. Yeah. Hahaha. Geile Sache. Ja, irgendwie schon, ne? Also, dass es eigentlich wieder so cool ist, dass es cool ist. Das muss unbedingt in ein Forum, Alter. Ach so, ich denk mal, hier von Moor zu Moor sind die Feger bestimmt schneller, wa? Ja, ja, ja. Denk ich mir auch. Hier sitzt eine. Tanzt du schon wieder auf dein Moor, oder was? Ja, ja, ja. Ich freu mich grad so schön. Ich hör das immer, wenn ich die Musik hör. Echt? Ja. Also, ich hör gar nichts. Ja, gut, weil ich auch ein bisschen leise gemacht hab. Pass auf jetzt. Ich glaub, da hab ich das ein bisschen zu leise, denk ich mal, bei mir im Spiel. Na, ich hab's hier eigentlich auch leise. Aber ich hör's trotz all dem immer noch so leicht in meine Ohrmuschel, weil ich hab da so... So ein bisschen surround-Dings da. Ach so. So, ich bin schon draußen, du auch? Ne, ich bin noch im Ladescreen. Ah, jetzt bin ich draußen. Okay. Und weiter geht's. Yeah. Jetzt einfach nur geradeaus, glaub ich, war das, ne? Oder? Ja, nee, Quatsch. Wir müssen, nee, nee, wir müssen nach links oben. Richtig, links oben. Hier, Kowo, 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 hier, Kowo. Ob die uns hier angreifen, wenn wir hier durchrennen? Versuchen werde ich's nicht, aber die sind... Aber auch nicht rot, ne? Nee, nicht. Jetzt bin ich über eine Ruhe gelatscht. Was? Ich bin über so ein Vieh rüber gelatscht, eben. Echt? Ja. Das hat nämlich so komisch geknirscht. Hier, die hat noch Weihnachtsklamotten an, so wie das ausschaut. Element Witch. Willkommen beim LPT. Together, Riders. Mit unseren zwei wüchsigen Moas. Aber das sieht aus wie so ein... Epileptischer Spastiker, ey. Wenn man dann dieses Ding macht... Ey, komm, das ist doch irgendwo geil. Guck mal, hier wurde schon wieder Krieg gespielt. Ja. Hier liegen sich... Hier wurde schon wieder... Oh, hier ist schon wieder was los gewesen. Da ist ein Berserker. Ja. War hier nicht auch das mit diesen komischen Goblin? Oh, die Fieger sind aggro. Aber nicht auf uns, oder? Doch, auf uns. Scheiße. Du hast sie auf dich gerade gezogen. Weg. Weg. Ich zappel mal von weg hier. Ich zappel mit dir mit. Scheiße. Zappeln wir den Arm? Wir zappeln. Lauf doch einfach. Nicht stehen bleiben. Man kann doch nicht angreifen, ne? Wenn man auf Stattvieh sitzt. Nee. Wenn du absteigst, dann ist das Ding ja weg, ne? Ja. Ja. Scheiße. Das geht ja dann bestimmt so ein bisschen ins Geld. Aber haben wir wieder ein Gold. Ein Gold, ein Silber. Oh, naja, mein Gott. Ich sage mal, so viele lange Wege ist das eigentlich eine nette Sache. Weißt du? Jetzt habe ich vier neue Questen. Naja, gut, wegen der Lernlingsquests. Ich bin schon da. Ich auch. So, damit sind wir ja wieder jetzt in Regen. Gottdorf. Yes. Was ist eigentlich hier, eh? Guck mal, weil hier haben wir immer noch so einen gelben Punkt. Was ist denn gelben Punkt? Also ich habe hier einen gelben Punkt bei mir auf der Karte. Geh mal. Also der immer zu aufblinkt. Hm. Wird wohl irgendwie, keine Ahnung. Lass uns mal da oben hoch, links da. Wie sagt er, also irgendwie. Gelben Punkt, also. Ja, auf der Karte, weil ich habe immer noch diese komische Navigationskarte an. Achso. Und das blinkt bei mir hier tierisch. So, gut. Dann können wir jetzt eigentlich... Achso, ja, das. Ja, das blickt bei mir auch hier an der Ecke. Ja. Ich weiß nur nicht, was das ist. Aber... Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die Quest hier, wo wir, äh... Deckabzeichen für Lehrlinge... Deckabzeichen für Lehrlinge... Ich kann ja auch einfach mal Escape drücken, da haben wir ja auch unsere Leiste oben. So, Questbuch war J. Achso, alles klar. So, äh... Quest... Und zwar haben wir hier... Was ist die hier? Nebenquest ist dieses so. Also, äh, wir haben jetzt... Einmal Nachschub für die Soldaten. Ja, 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 ja. Sehre Vorratsküste, 0 von 2. Rettende Hand. Das ist, äh, sprich mit Ehrenritterin Cenese und begib dich in Jägerjormas Revier. Entschärfe die Pfeilen, schalte Jägerjorman aus. Dann kommt der Beta-Test... Beta-Tester? Ja. Schalte den Regengurt-Teiltest-Soldaten aus, um das Kommandozentrum beschützen. Um die besiegen zu können, wisst ihr, Blitzgranaten verwenden müssen. Das sind diese Granaten, die wir im Inventar haben, wo ich die schon beinahe wegschmeißen wollte. Richtig, richtig. Und dann haben wir noch Versteckspiel. Genau, dann lass uns mal verstecken. So, such mich. Such mich. Ah, ich hab dich gefunden. Wo denn? Ah, da ist er. Das ist wie bei Good Wars 2, diese eine Quest, weißt du, wo ich da so gegen den Bus sperre und dann kommt dann so ein Tier oder entweder so ein Soldat raus oder so ein Dieb, weißt du? Cool. Ja. Und in diesem Fall war das eben halt der Rico. Achtung, Starrel. Cool. So, haben wir noch hier diese komischen Tüly-Törne. Oh Gott, da oben hochlaufen, ey. Ja, wir haben doch hier unsere schönen Moas. Aber hier scheint viel los zu sein, ne, auf dieser Ebene. Ja, weil wenn man mal bedenkt, wie man angefangen hat, also da sieht man kaum einen und jetzt hier auf einmal, guck mal, da stehen so und quatschen sie. Ja, also hier ist denn, hier steppt der Bär. Das sind da wieder vier da Let's Player da, die da sich gerade absprechen. Meinst du? Na ja, denken wir auch mal. Hier ist, was, wie heißt der Typ? Stoom Tank. Ach. Stoom Tank. Stoom Tank. Also quasi hier praktisch einer, der den ganzen... Ob er ja, ob er ja müssen, müssen wir hier überhaupt landen? Äh, ich glaube ja, genau. Hier müssen wir irgendwie durch. Nein, ich will nicht schon wieder ins Wasser springen. Ich laufe am Baum vorbei, links, links in der Ecke. Ja, dann rennen wir aber im Kreis. Ja, ich werde mal hier absitzen und werde die Viecher mal... Komm mal wieder zurück. Komm mal wieder zurück. Oder laufe nochmal am Baum rum. Ich kann nicht, wir sind sie hinterher. Läufe nochmal am Baum rum. Ich komme dann hier. Lass sie kommen. Wo sind die? Hä? Hallo? Ach da. Kommen sie. Du bist nicht gerade abgestiegen. Jetzt kommt kein Schwein mehr, ey. Jetzt kommt kein einziges Schwein mehr, ey. Ja. Ich will auch. Ja. Ach, können wir das nicht zusammen machen? Das ist schade. Du musst das entsprechende Handbuch für Meister lesen. Ach ja, genau. Du musst jetzt momentan noch so ein Buch drin haben. So, jetzt habe ich das gelernt. Genau. Jetzt kannst du auch Stufe 2 Sachen abbauen. Yes. So, jetzt müssen wir erst mal gucken. Also, wie das ausschaut, müssen wir doch irgendwie wieder ins Wasser springen. Ja, dann erbarme ich mich mal. Und? Ja. Guck mal, da drin ist auch schon wieder so ein Felden. So, ich habe 101 Schaden bekommen. Ich habe gar keinen Schaden. Was? Ja, ich habe keinen Schaden gekriegt. Aber jetzt kommen wir nicht wieder aus dem Wasser. Oh. Ja, ja. Wir müssen da hinten wieder zurück. Aber irgendwie haben wir das hier so mit diesem Wasser hier an der Stelle, ne? Momentan ja, ja. Irgendwie ist das... Aber wir sind ja auch dumm. Wir hätten ja auch rechts rumlaufen können da oben, ne? Dem Weg lang. Irgendwie, ne? Wieso sind wir so bescheuert und rennen links lang? Boah. Naja. Was soll's? Kann man hier auch runter tauchen? Nee, schade. Irgendwie nicht. Cool. Sieht so ein bisschen komisch aus wie dieses Schwimmen hier mit der Rüstung. Das hat sich nicht untergekommen. Da vorne ist auch noch wieder ein Felsen. Ja. Vorne rechts. Und hier irgendwo war einer. Naja, aber da kommen wir ja jetzt nicht so ran. Nicht wirklich. Können wir mal gucken, ob wir hier hochkommen. Ja. Oh nein. Nicht schon wieder, Husti. Hier, warte mal. Bleib stehen da. Rennen dir welche hinterher. Ja, die müssen wir wohl oder übel. Bamm. Yes. Geile Sache. Und fünf. Boah, geil, ey. So muss das sein. Volle drauf. Haltbarer Stoff haben die gehabt. Haltbarer Stoff. Na. Und ne, ein Pilz. Rennen noch einen Pilz haben die drinnen gehabt. So. So, und ich hab da noch irgendwas gesehen, was für Leuchten ist hier vorne. Was ist das denn? Ach, so eine Pflanze. Mal gucken. Steht mir noch hier so ein scheiß Hirsch im Weg. Wecht der Blume bekommen. Eins von sechs. Ach, du Scheiße. Ah, die müssen wir hier alle sammeln. Die sind hier nämlich verteilt. Hast du die gerade gezählt bekommen, ja, ne? Oder? Äh. Hab ich gar nicht so drauf geachtet, ne? Normalerweise, wenn du die jetzt abholst, müsstest du jetzt zwei von sechs haben. Ne, eins von sechs. Ah, das ist wieder so eine Charakterquest hier, so. Deins ist meins oder meins ist deins. Sowas in der Art, weißt du? Ja, deins ist meins und meins geht dir gar nichts an, ne? Richtig. Sowas in der Art. So. Aber die sind ja hier überall. Ja. Das ist gut. Es ist ja reichlich für alle da. So. Alles Gim. So, ich hab hier noch zwei. So, einmal die. Aber Gott sei Dank, dass sie nicht hier Agro sind, ne? Ja, das ist Glücksfall. Außer hier diese Viecher hier in diesem komischen Ort hier. Achso, hier waren wir ja schon. Oh, da hinten ist noch eine Blume. Da hinten ist noch eine. Hier sind ja überall. Hier vorne ist noch eine, aber da ist so ein Scheiß. Ring-Gott-Gott, wie man das ausschreibt. Ey, äh, aussprich. Ring-Gott-Fischer. So, ich brauch noch eine und dann bin ich durch. Und da oben ist wieder so ein Felsen. Ich brauch noch einige. Oh, 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 oh. Das ist ein bisschen nah. Da du ja alle mir vor der Nase geklaut hast. Ach, das ist dieses Versteckspiel gewesen, die Quest. So. Wo sind hier denn noch welche? Ach, hier oben sind noch welche. Ich hoffe, dass die auch wieder neu spawnen irgendwie. Ja, denk ich mal. Wär ja angenehm. So, ich hab jetzt, äh, fünf. Ich brauch noch einen. Dann bin ich auch durch. Oh, so, eine. So. Hier ist der letzte. Okay. Dann lauf ich dir, ich, ich komm dir mal entgegen, weil in die Richtung da, wo du jetzt schon bist, da... Ja, ja, da müssen wir ja hin. Da müssen wir hin, genau. Ich komm dir denn schon mal hinterher gelatscht. Oh, nicht, dass wir jetzt hier gleich diese Blitzbomben hier werfen müssen. Ach, da bist du ja schon. Ach so, Blitzbomben werfen. Apropos, ich musste ja nochmal hier irgendwie... Auf was müssen wir die eigentlich schmeißen? Hallo? Verteilen? Ich wollte jetzt gerade sagen, ey, steht da oben jetzt wirklich Kondomzentrum? Was? Ne, das war ein Kommandozentrum. Ich hab das hier falsch gelesen irgendwie, komischerweise. Also, das wäre ja jetzt was gewesen. Warte mal, wie hieß die Quest nochmal? Oh, hm, hier. Hast du alles davon? Ja, ich hab hier was, guck mal, was in der Hand. Ey, lass mich mal abbeißen, lass mich mal abbeißen. Ja, hier, beiß ab. Warte, warte, warte. Oh, nicht schlecht. Ach, hält nicht lange an, das hab ich hier von diesem Tisch geklaut. Ja, aber nichtsdestotrotz müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier am besten die Bomben benutzen. Und vor allem gegen wem? So, schaltet die Rengott-Elite-Soldaten aus, die das Kommandozentrum beschützen. Um sie besiegen zu können, wirst du Blitzgranaten verwenden. Ach, hier, das sind, warte mal, hier, hier ist ein Elite-Soldat. Ah, alles klar. Das sind diese komischen Blitzgranaten hier. Eins von 15. Also, genügt das auch sogar schon, wenn einer von uns draufschießt. Echt? Hm, mir wurde er auch angezählt. Okay. Ich feuere mal auch einen ab. Cool, das passt doch gut hier. Äh, ich muss trotzdem noch alle... Das ist wie beim Autofahren mit schalten, Alter. Ab und zu muss man doch mal draufgucken. Einer ist noch. Einer haben wir noch. Den hauen wir weg. Äh, zack, boom, weg. Boom. Vier von 15. Äh, hui. Steigerung des kritischen Treffers und Treffer. Cool. So, wo sind die nächsten? Spawn, hier hinten ist noch welche. Ja, da haben wir da gerade die beiden die gleiche Quest wie wir auch, wa? Ah, das ist ja ein bisschen... Nee. Ein bisschen doof. Boah, nicht schlecht. Die eine ist hier doch die Magierin, ne? Ja. Oder, warte, wie nennt sich die Klasse, Kleriker? Nee, Kleriker, bin ich echt, glaube ich, ne? Nee, Kleriker ist... Sie ist ganz normale Magierin. Achso. Oh, scheiße. Ist er weg? Ist er weg? Ja. Er ist weg. Hast du es angezählt bekommen? Ja, ja. Ich hab's jetzt angezählt gekriegt. So, mal gucken gleich da hinten, da hinten. Am Zaun stehen sie auch nochmal. Alter, heftig. Den nimm er so schnell weg, wa? Mhm. Yeah. Sechs und fünf und sieben. Na, was haben wir noch? Die will uns hier die Monster wegklauen, siehst du das? Aber schafft sie nicht, wie gesagt. Diese E-Luki. E-Luki, Luki, Luki. So, wo sind denn die Fieger? Was, willst du jetzt mit ne Keule locken, oder? Ja. Hier, putt, 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 putt. Lecker, Schwacko, Fanzo. Ich will auch mal so ne Keule. Komm her, du. Ah. Ah. Achso, geht immer nur eine, wa? Echt, das ist ja schade. Das ist kacke, ja. Achso, das ist nicht so. Mach die Tür auf. So, wo sind denn hier jetzt noch welche? Ich glaube, oben, ne? Oben sind doch auch noch welche, ne? Das war doch da, wo wir doch, äh... Spawn die? Können ich spawnen? Das sind doch da, wo wir... Na, wo wir... Ah, ich bin runtergefallen. Ach, hier unten. ...letzten Part unsere Quest hatten. Hier unten ist wieder eine. Ja, naja. Ja. Ja. Ich bin gerade am Hochrennen. Ich bin gerade runtergefallen. Weil ich die Kurve wieder nicht gekriegt hab. Wie immer. Komm mal hier hoch. Hier sind doch nämlich, äh... Oh, der wurde mir noch angezählt. Cool. Komm mal hier hoch. Hier sind nämlich ganz viele. Ich komm. Klauen, Klauen, ich klau den Wagen von Mo. Lalalalalala, Versicherungsbetrug. Hä? Wo bist du denn? Ach, da hinten. Na, hier. Stimmt, da wurde der Zwerg da umherlatscht, ne? Richtig. Da, wo ich... Yeah. Oh, zu weit weg. Bam. 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 Von hinten? Von hinten? Heißt ja so. Hermann von hinten, wieder mal. Alter, was ein Gemitzel. Ach so, den müssen wir, glaub ich, auch besiegen, den Typen. Hatten wir doch schon. Ja, irgendwie, cool. Wahrscheinlich wird er, glaub ich, nochmal angezeigt. In irgendeiner Quest war das so. Echt? Nicht, dass es Wiederholungsquest ist, wa? Nee, ich glaub nicht. Alter, guck mal, der für eine Rüstung hat. Go. C.O. Ja, weil die eine sagt hier, thank you. Wir brauchen ja nur die Soldaten. Richtig. Bam. Ach so, schon weg, das Fieber. Da, 9 von 15. Yeah. Yeah. Ach, hier, schon wieder eine. Wir brauchen ja nur die Elite-Soldaten hier. Ja. Der wurde uns nicht angezählt. Scheiße, weil die, die ihn angegriffen haben, darf. Ja, denke ich mal auch, das ist ein bisschen... Komm, lass uns mal wieder runtergehen. Ja. Weil, warte mal, ich muss mal kurz... Was war Questlock nochmal? Äh, J. Die J-Taste. J, genau. Warte mal, wir machen jetzt gerade das Versteckspiel, sind wir fertig. Ich, äh, schalte die Regen-Elite-Soldaten aus. Äh, da habe ich ja gerade mal 9 von 15. Nee, doch nicht. Da brauche ich noch ein bisschen. Den müssen wir doch nicht besiegen. Nee, habe ich mir auch schon gedacht, weil den hatten wir ja schon in der letzten Aufnahme da, in der einen Quest, die wir hatten. Ja. Und da mussten wir ihn ja besiegen. Guck mal, jetzt kommen sie hier alle... Oh, Knack. Oh, Scheiße. Ist es wieder runtergefallen? Ja. Eieiei. Ah, ich kann nämlich, ich kann gerade nicht ausweichen. Verdammt, du musst irgendwie... Hilfe! Ich brauche Hilfe. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, der eine steht hier dumm rum da und wird gar nicht angezählter Typ. Echt? Ja. Ich habe auf den geschlagen und scheint irgendwie so ein Ingame-Bug zu sein. Guck hier, der hier. 11 von 15 haben wir jetzt. Komisch, jetzt liegt er auch auf der Seite. Seltsam, seltsam, wie das Arschers Geld, ne? Oh, nicht schlecht. Eher nur wieder. Scheiße, die werden schon angegriffen. Oh, das ist jetzt Mist. Also, vorher haben wir gesagt, ich habe irgendwie keine Granaten mehr. Also heißt das... Ich habe noch welche. Warte. Bam. Irgendwie, wenn man diese komischen Granaten benutzt, dann gehen die Viecher schneller tot. So, 12 von 15. Ja, habe ich auch. Oder ich habe gerade Line-Plug gekriegt. Cool. Und ich habe hier noch... Achso, Steigung der Treppe-Rate. So, schmeiß mal da eine Bombe. Ja, warte. Oh. Bam. Fünf. Drei. Einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. Juhu. Einen brauchen wir noch. Einen haben wir noch. So, was haben wir noch schönes? Steigung der kritischen Treffer-Rate. Da, 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 da. Du bist hier so ein kleiner Steiger, wa? Ja. Boah, hier sind wieder zwei. Wir brauchen nur einen. So, Nummer fünf. Oh, Alter. Im Busch kennen wir sie immer total. Daimlich. Die sind doch so blöd, um aus dem Busch zu winken. So, Quest ist abgeschlossen. Ja, bei mir auch. So, hier haben wir auch noch was drinne an dem Ding. Achso. So, und nun? Und nun, und nun, und nun? Ja, und nun können wir eigentlich wieder da zu den Fonds zurück. Dann sind wir jetzt hier mit diesen Questen soweit fertig. Und müssen abgeben. Also, gehen wir wieder zurück. Ja. Und wenn wir da sind, werden wir denn, denke ich mal, auch wieder mal eine kleinen Cut reinschmeißen. Ja, richtig, richtig, richtig. Bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Ja. Ki, 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 ki. Di, 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 di. Oh, spring auf. Alter. Den haben wir hier auch noch. Spring auf. Hm, komisch. Ich dachte, man kann die nur einmal benutzen. Habe ich wohl falsch. Habe ich jetzt aber auch gedacht. Ja, aber das war letztes Mal ausgewandt. Das war ja zum Anfang auch so, ne? Ja. Oder gilt das denn für eine gewisse Zeit jetzt? Ich denke mal, ne? Ach, falsche Richtung. Ach, falsche Richtung. Äh. Er glaubt dir nach. Ja, ja. Komisch. Aber wir beschweren uns nicht. Wir sind natürlich dankbar, dass das so ist. Verrückt. Man sagt ja immer, einen geschickten Gaul guckt mal nicht ins Maul. Ja, oder nicht im Arsch, ne? Ach, das war das mit dem Barsch, ne? So, Quest abschließen. Aber wir haben doch noch eine Quest. Irgendwas mit... Ui, 4.000 Erfahrungspunkte. Juhu. Und was haben wir hier? Weitere Quest. Ja. Eine Folge Quest. Oh, daneben ist auch noch wieder eine. Ritter Bastion. Eine neue Quest. Ja, das war ja klar, dass wir hier neue Questen kriegen, weil die Ebene ist ja noch nicht so ganz fertig. Und... Nö. Mit drei Questen ist das ja nicht getan, ne? Richtig. Beta-Tester Abschluss. Cool. Ich sag bloß mal Ebene von TRS, ne? Ah. Da haben wir ja auch so ein bisschen... Ah, hier kannst du dir Blitzgranaten kaufen. Brauchen wir die aber jetzt nicht unbedingt. Also zwei hab ich noch im MB. Also brauchen tun wir die, glaub ich, gar nicht. So, was haben wir hier noch Schönes? Der Todeshändler. Ammanadabla. Also ich guck hier grad so im Inventar, ne? Also irgendwie zeigt mir mein Moor jetzt keine gewisse Dauer an. Uh, schick, schick. Haben sie den jetzt doch viel ewig eingestellt? Das wär nicht schlecht. Hier, guck mal, hier gibt's ne Kette der Stille. Äh. Maximale LP plus 200 und maximale EP plus 50. Cool. Ist aber erst ab Stufe 15 ansetzbar. Aber wir brauchen noch dieses Borgos Sehne. Jaja. Mhm. Ohrring hat er nicht. Hast du mal, warte mal, hier ist das, neben dieser Borgos Sehne ist auch eine Lupe. Und zwar die Monster, die dieses abwerfen sind, Borgos Level 14. Ah, wo sind die denn? Also die treffen wir bestimmt irgendwie. Ja, aber es ist nett, dass die schon mal, äh, ne Lupe haben und sagen, oder zeigen, dass wir die Monster killen müssen, die das dann halt geben. Mhm. Ist eigentlich nicht schlecht gemacht an sich jetzt, ne? Guck mal, genauso hier wie dieses blaue Juwelenfragment. Guck dir mal diese Liste an, was da jetzt, äh, welche Monster das alles abwerfen. Warte mal, warte kurz mal, muss ich auf den anderen sprechen gehen? Äh. Ah, ja, genau. Kann ich jetzt hier wieder was ausmisten? Ne, ich hab nichts zum Ausmisten. Ich auch nicht, aber hier, guck mal hier, Standardschild gibt es, neues für Stufe. Stufe 1 oder höher. Ach du Scheiße, der hat nur... Ja, ich hab ja schon Stufe 12. Der hat nur schon da drin. Ja, 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 ja. So, dann wollen wir mal weiter zur Quest oder einen kleinen Cut machen? Wir machen jetzt hier an der Stelle erstmal eine Aufnahmepause. Okay. Ich stell mich mal hier so vor das Feuerchen. Ich setz mich auf die Bank. Warte. Äh. So. Ja. Hast du noch ein paar Schlussworte zu sagen? Äh, war lustig. Hahaha. Und ich hatte noch eine Cola Light in der Hand, mir finde ich nichts Besseres ein. Hahaha. Ja, liebe Freunde, äh, viel Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt, Let's Play Together mit unserem guten Rico, Shikamaru. Ich. Und meine Wenigkeit, euer ElpisTorm100. Okay, bis denne. Bis dann, ciao.